Das muss man gesehen haben, der 28.50 Uhr. Ich habe heute schon zweimal die Polizei lokal angerufen, aber ihr seht ja, das ist aber schon fast zwei Stunden her. Das war vorhin noch ein bisschen heftiger. Allerdings haben wir jetzt fieses Brandgeruch, der bei uns komplett hochzieht. Ja, und hier ist das Hotel mit den Balkonen. Ist doch nicht zu fassen. Guckt euch das an, das gibt es doch nicht. Und dann hier, so muss man Urlaub machen, bzw. ich möchte hier nicht so wohnen. Das ist alles ein bisschen vor den Arsch. Guckt euch das doch an, das hängt hier komplett in der Senke drin.